Koko liebte es, Zeit auf dem Land zu verbringen, wo es nichts zu tun gab, außer nichts zu tun. Koko, wir haben süße Trauben. Möchtest du mal kosten? Koko hatte genug damit zu tun, nichts zu tun, aber für ein paar Trauben konnte er sich immer Zeit nehmen. Oh, er war nicht in ein normales Loch getreten. Da unten wohnte jemand. Koko? 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 Koko wunderte sich, dass seine neuen Freunde fortliefen, als sie Frau Renkins hörten. Ist alles in Ordnung, Koko? Ach, wie ich sehe, bist du in eines der vielen Erdhörnchenlöcher gerutscht. Also waren diese Kerle Erdhörnchen. Koko? 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 Hast du noch nie Erdhörnchen gesehen? Aha! Sie graben sich lange Gänge und bewegen sich unterirdisch fort. Die vielen Löcher sind die Eingänge zu ihren Gängen. Koko? Oh, diese gierigen, nimmersatten Erdhörnchen schnappen sich meine schönsten Trauben. Reg dich nicht auf, mein Lieber. Herr Kelhun, der Erdhörnchenfänger, kommt gleich und wird sie alle kriegen. Ich bezahle ihm das Doppelte für jedes lästige Querhörnchen. Ich meine Erdhörnchen, das er erwischt. Ach, entschuldige, dass mein Mann so laut wird. Aber diese frechen Tierchen bringen ihn auf die Palme. Kelhun ist hier. Nur nicht jammern und verzagen, ich werde alle Erdhörnchen verjagen. Oh, das ist das größte Erdhörnchen, das ich je gesehen habe. Oh, das ist doch Coco, unser Nachbar-Affe, Herr Kelhun. Ah, da sind sie ja, die Übeltäter. Die Eingangslöcher verraten uns den genauen Verlauf ihrer Gänge. Es gibt keine Löcher außerhalb ihres Gartens. Das bedeutet, sie haben keine Fluchtmöglichkeit. Bis ihnen klar wird, dass sie sich einen neuen Gang buddeln müssen, habe ich sie alle im Käfig. Wir wollen nicht, dass den Tierchen wehgetan wird. Natürlich nicht. Ich fange die kleinen Lieblinge und bringe sie in eine neue, glücklichere Heimat. Weit, weit weg von hier. Coco fand, es wäre nur fair, wenn er die Erdhörnchen warnen würde. Coco lud sie ein, in seinem Garten zu wohnen. Natürlich, Erdhörnchen bewegen sich nur in Gängen fort. Er forderte sie auf, einen Gang zu seinem Garten zu graben. Aber Erdhörnchen verstehen die Affensprache nicht. Also würde er den Gang für sie graben. Coco liebte Blaubeeren. Und die besten Blaubeeren gab es bei den Renkins. Lass es dir schmecken, Coco. Langsam, nicht zu viel auf einmal. Wo ist denn Frau Renkins heute? Oh, sie ist hinter der Scheune und macht ihren Ballon startklar. Ein Ballon? Der Tag wurde immer besser. Hallo Coco, das ist ein toller Ballon, was? Machte Bill Witze? Hier war nirgendwo ein Ballon zu sehen. Ihr kommt gerade recht, ihr könnt mir helfen. Möchtest du beim Aufblasen helfen? Das macht bestimmt Spaß, Coco. Ihn aufblasen? Wenn er ihn nur sehen würde? Alle Mann festhalten und hochheben! Da war er also. Ein riesengroßer Ballon, so groß wie die ganze Scheune. Du kannst auch mit auspacken, Coco. Coco hatte das Gefühl, dass es sehr, sehr lange dauern würde. Geht zur Seite, Coco. Toll, was? Heiße Luft ist leichter als kalte Luft. Und weil die Luft innen heiß ist, steigt der Ballon nach oben. Frau Renkins lässt mich übrigens mitfliegen, damit ich die Nester der Scharlachthangare fotografieren kann. Das sind Vögel. Ich bin Experte, was Tangaren betrifft. Du kannst gern mitkommen, wenn du Lust dazu hast. Soll das ein längerer Ausflug werden? Nein, einfach nur hoch und wieder runter. Wir bleiben am Boden verankert. Das Seil hier ist unser Haltetau. Falls der Wind uns fortwinden will, hat er null Chance. Ah, also wenn das so ist, dann steig ruhig ein, Coco. Okay, ich bin gleich wieder da, Jungs. Dann können wir starten. Du bist ziemlich gelenkig für einen Jungen aus der Stadt. Oh, wir dürfen nicht ohne Frau Renkins aufsteigen. Es gibt für alles Vorschriften, Coco. Oh, Frau Renkins. Eventuell verstoßen wir gerade gegen die Vorschriften. Ach du meine Güte, wir müssen ihm folgen. Auch das noch. Armer Coco. Oh je, ich hoffe, er hat nicht allzu große Angst. Das Haus auf dem Land war ein toller Ort für den Öffen. Auch wenn Coco sich manchmal nicht so ganz an die Hausregeln hielt. Das ist doch nicht zu ver... Die Wände werden nicht bemalt. Hast du unsere Hausregeln vergessen? Huh? Uh. Coco, wie war das gleich? Streicht man die Butter mit den Füßen auf den Maiskolben? Uh. Einige Hausregeln waren sinnvoll. Aber diese machte seine Füße irgendwie nutzlos. Schade drum. Huh? Die Tiere im Baum mussten sich keine Gedanken über irgendwelche alten Hausregeln machen. Also könnte das doch auch ein nettes Plätzchen für einen Affen sein. Schüße. Ja, im Baum war es nett. Aber zu Hause war es netter. Vermute ich richtig, dass du dich jetzt über ein flauschiges, trockenes Handtuch freuen würdest? Na dann komm. Coco konnte nicht im Baum wohnen und dabei so trocken bleiben wie im Haus. Es sei denn, er hätte ein Baumhaus. Dann würde er auch sofort seine eigenen Hausregeln aufstellen. Äh... Zuerst suchte er den dicksten Ast aus. Dann wählte er sein Material. Pappe. Darin war mal der Kühlschrank verpackt. Nein, er brauchte unbedingt etwas, das weniger biegsam wäre. Also, zu Coco los, um zu sehen, woraus andere Häuser gebaut waren. Ach, du bist es, Coco. Ich zimmere gerade einen neuen Hühnerstall. Das da? Das sind meine Pläne dafür. Ah. Natürlich. Coco brauchte einen Plan. Na mal. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha wo Musik erklingt. Koko fand das toll. Affen lieben Musik. Und er war da keine Ausnahme. Steve, bitte. Ich muss mein Solo für das Konzert heute Abend üben. Es ist der Höhepunkt des ganzen Stückes. Koko war von den Klängen, die Betsy mit dem Xylophon machte, beeindruckt. Möchtest du es auch einmal probieren, Koko? Nichts gefällt Affen besser, als mit pelzigen Hämmern auf irgendetwas rumzuschlagen. Diese Teile nennt man Klangstäbe. Jeder von ihnen gibt einen anderen Ton wieder. Hör mal. Do, re, mi, fa, so, la, si, do. Siehst du, das klingt, als gingen die Töne eine Leiter hinauf. Versuch's mal. Vielleicht brachten diese pelzigen Hämmer alles dazu, wie Musik zu klingen. Der einzige Weg, das herauszufinden war, es zu probieren. Betsy? Es wird Zeit für deinen Friseurtermin. Ich möchte, dass du bei deinem Solo heute Abend hübsch aussiehst. Am liebsten möchte ich mein Xylophon hier lassen und es nicht mit zum Friseur nehmen. Was, wenn es dort jemand umwirft? Wir können es nicht hier lassen, Liebes. Wir schaffen es nicht, vor dem Konzert nochmal herzukommen, um es abzuholen. Du willst mein Xylophon für mich zur Schule bringen? Coco, du bist mein Lebensretter. Also, pass auf. Das Konzert beginnt Punkt vier. Also muss mein Xylophon unbedingt vorher in der Schule sein. Hey, Coco, ich kann dir helfen. Im Transportfragen bin ich sowas wie ein Experte. Coco nahm sein Angebot gern an. Und was das Beste war, Steve hatte eine Uhr. Großartig. Also, ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht die... Betsy, vergiss es echt. Ich bin schon in der dritten Klasse. Glaubst du nicht, dass ich längst weiß, wie man ein Xylophon transportiert? Oh, richtig. Also gut, Steve. Nun, nochmals vielen Dank, Jungs. Wir sehen uns beim Konzert. Immer mit der Ruhe, Coco. Wir haben noch jede Menge Zeit. Coco wurde wohl einfach nur warten müssen. Und warten. Und warten. Und warten. Coco, entspann dich. Wir brauchen erst kurz vor vier da zu sein. Ach du meine Güte. Wir müssen los. Beeilung. Wieso hast du mir das nicht gesagt? Es ist zu breit, um durch die Tür zu passen. Sie hätte uns ja wirklich sagen können, wie man es transportiert. Coco würde irgendwie dafür sorgen müssen, dass es hindurch passte. Vorsicht, denk daran, was Betsy gesagt hat. Wir wollen das Teil doch nicht kaputt machen. Oh. Ich hab's. Wir nehmen es auseinander. Wir legen die Einzelteile in Betsys Wagen und rollen es so zur Schule. Wenn man verschlafen durch die Wohnung läuft, können die normalsten Dinge verrückt aussehen. Hallo, guten Morgen. Und verrückte Dinge noch verrückter. Ja, so sieht Astronautentraining aus. Endlich, morgen ist mein großer Tag. Ich fliege zum ersten Mal ins Weltall. Weiter. Hä? Na, Coco, du kannst gern zusehen, aber bitte, lass mich trainieren. Naja, nicht so schlimm. Fallen gehört auch mit zu meinem Trainingsprogramm. Guten Morgen, Jungs. Ihr beide erinnert euch sicher an Professor Einstein und Professor Pizza. Sind Sie bereit, der erste Mann mit gelbem Hut zu sein, der sich frei im Weltraum bewegt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemanden gibt, der bereiter wäre als ich. Fragen Sie meinen Affen. Sie kennen unsere Mission? Ihre Aufgabe ist es, das Einstein-Pizza-Teleskop zu reparieren. Wie jedes normale Teleskop lässt es Dinge, die weit entfernt sind, näher aussehen. Aber unser Teleskop ist viel größer. Daher kann man damit viel, viel weiter sehen. Außerdem befindet es sich im All, jenseits aller störenden Frequenzen der Erdatmosphäre. Es liefert uns diese fantastischen Bilder entlegener Planeten und kosmischer Nebel. Oder auch Kometen. Hm. Aber die Steuerung ist defekt und infolgedessen zeigt es auf die Erde. Nun, um es präzise zu sagen, das Ferngras ist direkt auf Professor Pizzas Küchenfenster gerichtet. Seit einem Monat sehen wir, wie Tony kocht. Und einmal auch, wie sein Hund an einer Torte leckt. Das haben wir erst entdeckt, nachdem wir die Torte gegessen hatten. Um das Teleskop wieder funktionstüchtig zu machen, müssen die alten Batterien, gegen diese hier ausgetauscht werden. Von hier kannst du besser sehen. Außerdem werden sie die drei zylinderförmigen Gyroskope austauschen müssen. Gyroskope helfen, das Teleskop auszurichten. Das ist tatsächlich schwer zu verstehen. Ich werde es ein andermal erklären. Tut mir leid, Coco. Zu kompliziert für kleine Affen. Nein, nein. Ich habe sie gemeint. Oh. Verstehe. Sie werden die Sicherungsmutter des Teleskops mit diesem elektrischen Schraubenzieher entfernen. Ist der Hebel auf der linken Seite, dreht er sich nach links und löst die Sicherungsmutter. Um die Mutter wieder festzuschrauben, legt man den Hebel nach rechts und dann dreht er sich nach rechts. Wow. Hast du verstanden, Coco? Links auf, rechts zu. Sogar im Weltraum. Alles klar? Es ist Zeit für den Start. Also, wenn ich meinen Weltraumspaziergang beginne, schließe ich die Tür hinter mir, genau wie zu Hause. Nein, sie tun gar nichts. Wir haben sie so konstruiert, dass sie sich automatisch schließt und verriegelt, sobald sie hindurchgegangen sind. Aber wie komme ich wieder hinein? Ich sehe keinen Türgriff. Oh, da gibt's sicher irgendwo einen Geheimknopf. Äh, eigentlich nicht. Erzählen Sie mir nicht, Sie hätten nicht bedacht, wie er nach dem Weltraumspaziergang wieder hineinkommen soll, Einstein. Aber, aber die Automatikverriegelungstür war Pizzas Idee. Nein, die sich automatisch schließende Tür war meine Idee. Er meinte, wir bauen eine Selbstverriegelungstür. Ach, wir müssen die Mission leider abbrechen. Oh nein, bitte. Wie wäre es, wenn jemand mit mir fliegt und die Tür von innen öffnet, wenn ich wieder hinein will? Es gibt nicht genug Platz für einen weiteren Mann. Oh, ha, ha, ha. Ein Hund, der wild auf dem Bürgersteig herumhüpfte, bedeutete zweierlei. Erstens, Charlie war mal wieder abgehauen. Und zweitens, Coco spielte mit ihm mal wieder das spannende Spiel Folge dem Anführer. Hector allerdings empfand dieses Verhalten einfach nur peinlich und würdelos. Hab ich dich. Zeit, nach Hause zu gehen, du Ausreißer. Hallo, Coco. Wiedersehen, Coco. Warum war Hector nur nicht so ein lustiger Hund? Bitschacki. Hector hatte ihn reingelegt. Er war nach oben gelaufen, nur um mit ihm zu spielen. Das war genau der richtige Moment für Cocos neuen Fußball. Ah, ne? Huh? Ah, ha, 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 ha! Ah, ha! Ah. Auf einmal wollte Hector nicht mehr spielen. Dieser Hund konnte sich einfach nicht entscheiden. Oh, oh, gab es hier einen Unfall? Na komm, gehen wir dich waschen, mein Freund. Koko beschloss, Hector heute nicht mehr zu belästigen. Jetzt wollte Hector wieder spielen. Koko verstand es einfach nicht. Aber er würde sich sicher nicht mit ihm darüber streiten. Er hatte noch nie gesehen, dass Hector sich so benahm. Koko beschloss, alles sauber zu machen, damit Hector keinen Ärger bekam und nicht wieder die Lust am Spielen verlieren würde. Jetzt kannst du dich wieder sehen lassen. Oh nein! Was ist passiert? Meine Rezeption! Jemand hat... Koko? 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 Was machst du da? Koko? Koko wollte nicht, dass Hector Ärger bekam. Aber er hatte keine Wahl. Niemand wird für die Wahrheit bestraft. Nun, wenn niemand bestraft werden würde... Koko? Koko? Das war Hector? Koko, denk nochmal genau nach. Kannst du dir wirklich vorstellen, dass Hector so ein Durcheinander anrichtet? Hmm... Koko fragte sich, worüber Herr Glas und Herr Zobel sich wohl unterhielten. Na schön, meine Kunst gefällt Ihnen nicht. Aber wenn Sie mir verraten würden, wonach Sie suchen, könnte ich Ihnen vielleicht helfen. Hallo Koko! Hallo, du bist ein Affe, habe ich recht? Mhm! Herzlichen Glückwunsch! Also, nach welcher Art Kunst suche ich? Sehen Sie sich mein Gebäude an, meine Eingangshalle, sehen Sie mich an, ich sage nur einzigartig! Was für ein Gemälde kommt also nun in Frage? Das genauso einzigartig ist! Ja, ich hab's! Sue Bärm ist die Malerin, die zu Ihnen passt. Gehen wir zu ihr! Ist sie einzigartig? Ja, und sie besitzt großes Talent! Du kannst auch mitkommen, Koko! Sie wird dich mögen! Mhm, eine Malerin, die im Zoo wohnt! Das gefällt mir! Das ist einzigartig! Aha, Sue Bärm hat einen Elefanten! Auch das ist einzigartig! Nein, nein, Sue Bärm hat keinen Elefanten! Sue Bärm selbst ist ein Elefant! Darf ich vorstellen? Die Malerin Sue Bärm! Der Elefant ist also die Malerin! Das ist mehr als einzigartig! So Bärm griff sich den Schwamm! Wollte sie etwa das, was Koko gemalt hatte, wieder wegwischen? Pass auf, wie sie den Schwamm benutzt, Koko! Das ist ihre Unterschrift! Sie ist fertig! Ich nehme es! Komm einfach wieder, dann kannst du noch mal mit Sue Bärm malen, Koko! Es ist genial und es ist einzigartig! Möchten Sie, dass es in einem besonderen Licht erscheint? Besonders gefällt mir! Ich bin besonders! Kommen Sie mit in mein Atelier! Chalke hatte schon wieder Lust zu spielen! Herr Glas würde darüber nicht erfreut sein! Aber vielleicht konnte Koko noch etwas retten? Hä? Hehehehe! Oh! Ah! 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 Koko bat zu Bärm genau das gleiche Bild noch einmal zu malen! Musik Endlich hatte Coco ein Spiel gefunden, dass Hector mit ihm spielen wollte. Hey, mein Junge, du hast ja richtigen Spaß mit dem Ball und deinem Freund Coco. Naja, Hector spielte eigentlich gar nicht. Er versuchte sich vielmehr als Torwart, um seine ordentliche Eingangshalle zu schützen. Diese Aufgabe wurde ihm allerdings durch den Beginn der Flohsaison erheblich erschwert. Oh, oh, es ist so weit. Die ersten Flöhe in diesem Jahr. Ich werde sofort Flohseife kaufen gehen. Du bewachst den Eingang. Hallo, guten Tag Coco. Wiedersehen, Hector. Endlich kam Hector an die juckende Stelle heran. War das ein herrliches Gefühl. Bis er plötzlich sah, dass er keine Uniform mehr anhatte. Das war wirklich vollkommen würdelos. Er musste sein Halsband wiederfinden. Oh, hast du etwa vor, dieses schmutzige Wasser zu trinken? Oh, das ist aber traurig. Kein Halsband. Ach, du armes Hundchen, du hast kein Zuhause. Jetzt hat dein Straßenleben ein Ende. Ich werde dir sauberes Wasser und ein liebevolles Zuhause besorgen. Hey, fang auf! Hektor war verschwunden. Er hatte seinen Posten bisher noch nie verlassen. Wer war diese Frau und wohin brachte sie, Hector? Cecily, ich habe wieder einen armen Streuner gefunden, dem wir hier ein schöneres Leben bieten können. Hector konnte nicht begreifen, warum diese nette Dame ihn an einen so scheußlich aussehenden Ort gebracht hatte. Oh, was bist du denn für ein hübscher Kerl. Und du siehst so würdevoll aus. Nun, vielleicht war es hier doch gar nicht so schlecht. Vor allem war diese Frau sehr schick angezogen. Keine Sorge, wir werden ein neues Zuhause für dich finden, wo du alles bekommen wirst, was du dir je gewünscht hast. Hector wünschte sich nur eins, hier herauszukommen und dahin zurückzukehren, wo er hingehörte. Hector war noch nie so glücklich gewesen, Coco zu sehen. Es war ziemlich offensichtlich, dass er nach Hause wollte. Es wurde ein Dackel auf der Straße gefunden. Cecily, seit wann haben wir hier einen Affen? Einen was? Oh, hier gibt es keinen Affen. Koko waren die immer gleichen Frosch- und Schiffrennen in der Badewanne langweilig geworden. Er brauchte neues Badewannenspielzeug. Bist du mit deinem Bart fertig? Nun, dann geh bitte wieder in die Wanne zurück. Du machst dir alles nass. Das war Kokos Krimskrams Kiste voller Sachen, mit denen er noch nie in der Wanne gespielt hatte. Es war nichts dabei, was man für einen ordentlichen Affen-Badewannenspaß gebrauchen konnte. Dieses enttäuschende Bart war zu Ende. Ein paar von den Sachen bewegten sich von selbst. Es war doch gutes Badewannenspielzeug. Koko wusste nicht, wie er diese lustigen Sachen wieder aus dem Abfluss bekommen sollte. Es war mit dem Wasser abgeflossen, also musste es logischerweise, wenn er neues Wasser einließ, wieder hochgespült werden. Ach du meine Güte. Einen Augenblick, Koko. Das Wasser steigt in der Spüle hoch und ich weiß nicht warum. Im Badezimmer auch? Oh nein, da rufe ich wohl besser den Klempner an. Koko mochte es, wenn Herr Knie, der Klempner, zu Ihnen kam. Er hatte den besten Werkzeugkoffer, den Koko je gesehen hatte. Schön, Sie wiederzusehen, Herr Knie. Ach ja? Komischerweise werde ich immer nur dann gerufen, wenn es Probleme gibt. Es wäre schön, wenn mal jemand anriefe, um zu sagen, Hallo, kommen Sie doch mal auf den Keks vorbei. Hätten Sie denn gerne einen Keks? Ja, schon. Aber ich bin hier, um zu arbeiten. Wo befindet sich das Hauptwasserabsperrventil? Hier, unten im Keller. Für ihn hin, Hector. Du kannst gern zusehen, falls du neugierig bist. Diese Rohre hier führen zu allen Wohnungen in eurem Haus. Einige bringen das Wasser herein und andere lassen es wieder abfließen. Mit diesem Hauptwasserventil kann man das Wasser für das ganze Haus an- oder abstellen. So. Jetzt ist bei allen Mietern das Wasser abgestellt, bis ich es wieder anstelle. Das ist so ähnlich, als würde man Superkräfte haben. Und damit kann ich Verstopfungen auflösen. Da ist nichts. Verstopfungen können schwer zu fassende und geheimnisvolle Gegner sein. Der Saugstopfer drückt und saugt das Wasser an. So spült er das Rohr frei. Ah, ich hab's. Bis dahin und nicht weiter. Verstopfung lokalisiert. Der Hut des Mannes mit dem gelben Hut war etwas Besonderes. Aber was machte ihn nur so besonders? Komm, Coco, beeil dich. Ich setze nur noch meinen Hut auf und dann können wir uns auf den Weg machen. Äh, hä? Oh, was? Okay, Coco, das war zwar sehr lustig, aber du kennst die Regel. Niemand darf mit meinem gelben Hut spielen. Coco hatte den gelben Hut wirklich sehr gern. Und seine Mütze war einfach nichts Besonderes. Ich möchte sie gern zurückgeben. Sie war gelb, aber nach nur einem Mal waschen war sie orange. Ich muss eine Rede halten und es würde mich beruhigen, wenn alles an mir gelb ist. Du hättest wohl gern einen Hut, Coco? Oh, aha! Und welcher gefällt dir am besten? Coco wollte einen großen, gelben Hut. Aber so einen gab es nur einmal auf der Welt. Du könntest sie ausprobieren, bis du einen findest, mit dem du dich am wohlsten fühlst. Und so begann Coco mit seiner Suche nach der richtigen Kopfbedeckung. Hey, wo steckt Coco denn heute? Ich hab dich gar nicht erkannt. Das ist kein Hut für einen Affen aus der Stadt. Einige Hüte sind passend für manche Leute und andere eben nicht. Kokosfreunde fanden keine einzige seiner Kopfbedeckungen schön. Die richtige Kopfbedeckung zu finden war nicht einfach. Was machte den gelben Hut so großartig? Er machte einfach Spaß. Coco, ich brauche den Hut bei einem wichtigen Vortrag im Museum. Warum? Also spiele bitte nicht damit. Das war's, was Coco wollte. Ein Spaßhut, mit dem er spielen konnte. Coco wollte, dass sein Spaßhut mehr als ein normaler Hut wäre. Für die Form benutzte er seine Baseballkappe. Er würde eine Öffnung brauchen. Denn das würde sein Eisnaschfenster sein. Also das machte Spaß. Aber es machte keinen Spaß, wenn er oben am Kopf zu frieren begann und dann auch noch alles schmolz und herauslief. Um diese Probleme zu lösen, benutzte Coco beim nächsten Mal dicke Bastelpappe. und Rosinen statt Eis, um sich einen spaßigen, gesunden Snackhut zu bauen. Oh, oh. 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 Kleine Affen brauchen wirklich eine Menge Platz. Besonders, wenn sie eine Menge Kram haben. Nun, das wäre die letzte Kiste. Ähm, Coco? Hör mal, Coco. Meinst du nicht auch, dass wir davon etwas verschenken können, anstatt es im Keller aufzubewahren? Du wirst nichts von diesem Kram je wieder benutzen. Aber Coco war überzeugt, dass man alles aufheben sollte, weil man nie wissen konnte, wann man es wieder brauchte. Ach, okay. Bringen wir es nach unten. Es gab nichts, was Hector mehr liebte, als eine ordentliche Eingangshalle. Er wünschte nur, der Affe würde das genauso sehen. Entschuldige bitte, Hector. Ist das alles? Leider nein, es ist noch nicht mal die Hälfte. Die Klingel von 301 klemmt schon wieder. Aber keine Sorge, Hector wird sie in den Keller führen. Großartig. Ich fahre noch mal hoch, um die anderen Kisten zu holen. Geht ihr in den Keller und guckt, wo noch Platz ist. Aber nicht mit leeren Händen. Ich fahre noch mal hoch, um die andere Kisten zu holen. Hektor beschloss, einen Platz für Kokosspielsachen zu finden. Auf einmal wurde ihm klar, dass es das erste Mal war, dass er allein in den Keller ging. Also wo war jetzt dieser Ball hin? Ein guter Wachhund kennt keine Furcht. Neid, was er nicht so schön ist? Was ist das? Ich habe ihn nicht so schön, sondern er wurde von dem weinigsten. Dad! 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 Worauf wartet ihr beiden eigentlich? Warum liegen die Kartons hier alle noch herum? Also gut, ich fahre noch mal hoch und hole die anderen. Koko wusste, dass irgendetwas im Keller Hector Angst eingejagt haben musste. Aber er fragte sich was? Hector konnte Koko nicht ganz allein in den Keller hinuntergehen lassen. Er war ein Wachhund, also war es seine Pflicht, ihn zu begleiten. Es gab nichts, wovor er Angst haben müsste. Denn hier stand nur altes Gerümpel herum. Es gab wirklich nichts, wovor er Angst haben müsste. Bis auf dieses unheimliche Geräusch. Koko, alles in Ordnung mit euch beiden? Beruhigt euch! Irgendwas in diesem Keller muss ihnen Angst machen. Gehen wir mal zusammen hinunter und schauen nach. Ich muss auf den Mann warten, der die Türklingel reparieren soll. Hector wünschte, er könnte auf den Mann warten, der die Türklingel reparieren sollte. In das Landhaus des Mannes mit dem gelben Hut zu fahren, machte immer Spaß. 99 gelbe Hüte, die hängen an der Wand. Und nimmst du einen in deine Hand, hängen nur noch 98 an der Wand. Auf dem Land zu sein, machte auch deswegen so viel Spaß, weil er Hopsi das Eichhörnchen sehen konnte. Und alle seine Freunde auf der Ränkins-Farm. Eingeschlossen Frau Ränkins. Bist du wieder da, Koko? Guten Morgen! Da war Else, die Henne und ihre sechs Küken. Elsa hatte ihrem Küken beigebracht, aufrecht und stolz wie ein Huhn zu gehen. Es war Zeit für ein Bad. Denn ein stolzes Huhn ist immer auch ein sauberes Huhn. Koko! Würdest du bitte mal herkommen? Gleich kommen die Nachbarn zum Grillen und du müsstest mir vorher bitte noch etwas einkaufen. Wir haben keine Zahnstocher mehr. Es ist kein richtiges Fest, wenn man die kleinen Leckerbissen nicht aufpieken kann. Aha! Ah, Marshmallows brauchen wir auch noch. Und einen neuen Satz Karten. Da muss dir wohl irgendwie Marmelade drüber gekleckert sein. Oh! Haha! Hu hu! Geh mit dieser Liste zu Adas Gemischtwarenladen, okay? Hu hu hu! Hu hu hu! Sei ein braver, kleiner Affe! Hu hu hu! In der Zwischenzeit hatte Elsa einen Ort gefunden, der perfekt zu sein schien, um ihre Küken zu säubern. Hu 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 hu! Ha ha! Die Küken wollten ja zu ihrer Mutter laufen, als sie rief. Aber sie konnten nicht den Weg zurücknehmen, den sie gekommen waren. Und Else konnte auch nicht zu ihnen gelangen. Nach gründlicher Untersuchung kam Else zu dem Schluss, dass es keinen Weg gab, auf die Insel hin oder zurück zu gelangen. Das jüngste Küken Alvin war stolz, dass es einen Weg gefunden hatte, dorthin zu kommen. Jetzt saß auch Alvin fest. Adas und Lukis Geschäft war ein toller Ort. Dort gab es immer eine saure Gurke geschenkt. Das klang nach einem Huhn in Schwierigkeiten. Koko sah, dass die sechs Küken gerettet werden mussten. Wenn Schlafenszeit in der Stadt ist, hören alle kleinen Affen gern eine Gute-Nacht-Geschichte. Von allen Gute-Nacht-Geschichten mochte Koko die von Null-Null-Docke am liebsten. Es ist die Aufgabe eines Superspions, Geheimnisse aufzudecken. Und Null-Null-Docke ist der Beste von allen. Er hat viele Geräte, die ihm dabei helfen. Oh, das ist ein Periskop, erinnerst du dich? Hier in der Röhre sind zwei Spiegel. Der obere Spiegel spiegelt das wieder, worauf er gerichtet ist. Und das sieht man dann im unteren Spiegel. Auf diese Weise kann Null-Null-Docke Dinge sehen, ohne dass er selbst gesehen wird. Also dann schlaf gut, kleiner Affenspion. Am nächsten Tag begann Koko zu üben, um auch so ein Superspion wie Null-Null-Docke zu werden. Papier zur Wiederverwertung wird hier hineingeworfen, okay? Ähm, Koko! Ein Superspion brauchte unbedingt einen Spion-Namen. Koko überlegte. Und nannte sich Null-Null-Affe. Frau Professor Weisheit, wäre es vielleicht möglich, dass wir uns eine Stunde später treffen? Ein Superspion musste intelligent, reise und schnell mit den Händen und Füßen sein. Ich würde für Koko gern etwas besorgen. Er wird begeistert davon sein. Manchmal müssen Superspione sich blitzschnell verstecken. Oh, großartig! Also bis später. Er war erst seit zwei Minuten ein Superspion und schon hatte Null-Null-Affe seinen ersten Geheimauftrag. Er musste herausfinden, was der Mann mit dem Gelben Hut ihm kaufen wollte. Aber er musste sicher gehen, dass er nicht gesehen würde. Äh, Koko? Unsichtbar zu bleiben? War nicht einfach. Hallo, na, wie geht's? Äh, oh. Koko? Äh, hm. Hm. Sogar eine Pfütze konnte ihn verraten. Haben Sie das hier vorrätig? Ein bellender Charki war sogar noch viel schlimmer als eine Pfütze. Das letzte, was einem Spion passieren darf, ist Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Das Bellen kenne ich doch. Charki muss wieder ausgerissen sein. Offensichtlich war nicht jeder Hund so ein guter Spion wie Null-Null-Dogge. Ich fang ihn! Na ja, wenigstens haben wir Charki gefunden. Entschuldigen Sie, wir helfen Ihnen beim Aufräumen. Nein, nein, das ist nicht nötig. Es wäre besser, wenn ihr Charki nach Hause bringt. Danke, also dann, wiedersehen. Hm, wollen wir doch mal sehen. Hier müsste es irgendwo sein. Äh. Koko? 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 Die Welt war voller Überraschungen. Aber so etwas hätte sich Koko nie vorstellen können. Das war die erste Roboter-Ausstellung des Museums. Na, wie gefällt es dir, Koko? Sind alle Roboter so einfach zu steuern? Bei manchen ist es sogar noch einfacher. Koko, nimm diesen Traubensaft. Nein! Du sollst ihn eigentlich nicht trinken. Du sollst ihn auf den Teppich schütten. Nur zu, sie hat dich doch darum gebeten. Viel Spaß! Und? Ist das nicht toll? Ich möchte zehn davon. Dieser hier kann so geschickt greifen, dass er Operationen ausführen kann. Oder so etwas hier. Seht mal. Oh! Nun, hier drüben sind ein paar Beispiele dafür, wie sich die Menschen früher vorgestellt haben, wie ein Roboter aussehen müsste. Hier werden wir auch ihre seltenen Modelle hinstellen. Sie werden es doch schaffen, sie vor der Eröffnung morgen Abend herzubringen. Ich hole sie, sobald ich Koko nach Hause geschafft habe. Hey! Ich hab' ihn! Hey! Pass auf! Hey! Jungs! Häh? Ups! Entschuldigung. Hm, wo hab' ich sie denn nur hingepackt? Koko, hast du meinen Karton mit den Robotern gesehen? Nein, nicht, Koko. Diese Spielsachen sind keine Spielsachen! Na ja, es sind Spielsachen, aber keine Spielsachen, mit denen man spielt. Ich meine, na ja, weißt du, ich hab' sie viele Jahre lang aufgehoben. Und inzwischen sind es wertvolle Sammlerstücke. Danke! Hier, du darfst das Marsauto rausfahren. Uh! Aha! Wer sagt's denn? Das findet mein Hector aber echt toll. Tut mir leid, Koko, aber ich muss das jetzt mitnehmen. Danke, wir sehen uns später. Ah! Ich wusste gar nicht, dass Hector Roboter so gern mag. Hm. Und so kam Koko auf die Idee, einen Roboter für Hector zum Spielen zu bauen. Hau, hu, 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 hu. Nur wie konnte er einen Roboter bauen? Ha! Ha, 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 ha! Oh. Ah! Der Mann mit dem gelben Hut hatte einen vergessen. Und auch die Anleitung dazu. Oh? Das hier war nur das Modell eines Roboters. Aber ein richtiger Roboter konnte sich aus eigener Kraft bewegen. Da wurde Coco klar, dass er keinen Roboter bauen konnte, weil er nicht wusste, wie man einen Motor baut. Das Einzige, was er hatte, um einen Roboter zum Laufen zu bringen, war er selbst. Für die Kulturwoche der Stadt strich der Mann mit dem gelben Hut die Statue im Park neu an. Und Coco half ihm dabei. Oh, da habe ich eine Stelle vergessen. Danke, Coco. Ah, mein gelber Hut! Danke, Coco. Was guckst du dir da an? Spinnennetze? Spinnen spinnen diese Netze mit ihren Spinnenfäden. Sie wohnen dort. Aha, und mit ihren Netzen fangen sie auch ihr Futter. Moment! Spinnen fressen keine Äpfel. Sie fressen kleine Insekten wie Fliegen. Koko wollte keine Fliegen essen. Aber die Spinnennetze gefielen ihm so gut, dass er sich fragte, ob er nicht ein Affennetz spinnen könnte, um Futter für Affen zu fangen. Nein! Nein! Wenn es in deinem Netz gefangen worden ist, dann darfst du es auch behalten. Also, mach's gut. Wir sehen uns später. Ich hoffe, meine Farbe trocknet, bevor es anfängt zu regnen. Coco wollte sofort mit seinem Affennetz beginnen. Zuerst suchte Coco nach Dingen, die wie Spinnenfäden aussahen. Zum Beispiel Negern. Kokosgarnet sah gar nicht so schlecht aus. Hey! Hu-hu-hu-ha-ha-ha! Huh? Ah! Coco, es wird regnen. Kannst du ein paar Abdeckplanen in den Park bringen? Die Statue darf nicht nass werden, weißt du? Hector, jetzt hast du Kokos Kunstwerk kaputt gemacht Komisch, zuerst habe ich gedacht, das wäre ein großes Spinnennetz Ich hole schnell die Abdeckplanen aus dem Keller für dich Nee, Garn sah gut aus, aber Koko brauchte etwas Stabileres So ein Gummiband fühlte sich stark an Das sah auch gut aus, aber war es stärker als ein Dackel? Ja, es hatte den Dackeltest bestanden Koko wollte Hector zeigen, wozu so ein Netz gut war Samstage waren herrliche Tage Man konnte vom Anlegesteg aus stundenlang Schiffe beobachten Es gab Schlepper und Motorboote und Dackel und Dackel? Hey, da ist ja Hector Hector liebte alles am Segeln Wie die Segel klang, wenn der Wind in sie hineinblies Wie der Portier geschickt den Wind nutzte, damit sie schneller segeln konnten Und auch, dass sich so viel Wasser zwischen ihrem Boot und diesem chaotischen Affen befand Hey, ich wusste ja gar nicht, dass sie beide segeln Aber ja, Hector segelt so gern, dass ich ihm ein Boot in seinen Napf gesetzt habe Immer wenn er sein Wasser schlabbert, denkt er ans Segeln Das macht mein Hundchen glücklich Wenn Sie mal ein paar großartige Segelschiffe sehen wollen Dann gucken Sie sich heute Abend Piraten der sieben Meere an Jede Sendung, in der Segelschiffe vorkamen, klang wie Musik in Hectors Ohren Der Film ist wirklich toll Als ich ihn das erste Mal sah, wollte ich auch ein Pirat sein Was für ein niedliches Segelboot Koko wollte der Wind sein und es fahren lassen Gehen wir, Koko Heute Abend zeigen wir Ihnen bei Natur und Abenteuer Piraten der sieben Meere Genial! Stell dir mal vor, du könntest auf so einem Schiff mitsegeln, Hector Jedenfalls war das ein Schiff, das nicht durch einen Affenpuster versinkt werden konnte Das Handelsschiff Clara Maria wurde von dem tollkühnen Piraten mutiger Hut angegriffen Piratenschiff, Steuerbord voraus! Jeder Mann auf seinen Posten! Hartan Windsteuermann! Diese Schiffe waren damals so voller Würde und ordentlich Es muss großartig gewesen sein, sie als Kapitän zu führen Das ordentlichste Schiff, das je seine Segel gesetzt hatte, war die SS Würdevoll Ihr Kommandant war der weltbekannte Kapitän Hector Kein anderer Kapitän war so klug, so aufmerksam und hatte eine so feuchte Nase Es ist soweit alles klar, Kapitän Hector Danke Kapitän, es ehrt mich, Sie wissen ja, wie viel mir Ihr Lob bedeutet Kapitän Hectors Mannschaft war immer ordentlich und fleißig Und niemand verstand es so mit der Brise zu segeln wie Kapitän Hector Der größte Seemann in der Geschichte des Lindes Aber es gab auch Zwischenfälle Bei einem Aufenthalt auf den Tortuga-Inseln war ein neues Mannschaftsmitglied an Bord gekommen Der neue Bootsmann Coco war ein chaotischer Öffe mit einem Marmeladenbrot Mauler Liszt Aber Kapitän Hector hatte eine gute Idee. Er ließ diesen Affen einsperren und bewahrte so die Würde seines Schiffes. Hector war ein Wachhund, der streng auf Ordnung achtete. Und es gab viele Zwischenfälle, die die Sauberkeit in seiner Eingangshalle gefährden konnten. Besonders, wenn ein kleiner wilder Affe mit einem Marmeladenbrot aus dem Fahrstuhl trat. Hector tat sein Bestes, um schmuddelige Dinge aus seiner schmucken Eingangshalle fernzuhalten. Schließlich ist die Eingangshalle eines Hundes sein Schloss. Oh, ein kleiner Affe. Bitte hupen Sie schnell. Sei gegrüßt, Hündchen. Aha, der Kopf erreicht die dritte Stiefelschnalle. Also ist der drei Schnallenlängen hoch. Aha, vier Streifen vom Kopf bis zum Schwanzende. Also ist er genau vier Streifenlängen lang. Das königliche Mutter Malbratwias, wie die Prinzessin gesagt hat. Danke, dass du aufgepasst hast, Hector. Oh, hallo. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nein, das ist nicht nötig. Ich blase jetzt die Fanfare. Also, ist er es etwa? Ich glaube ja, euer Hoheit. Euer Hoheit? Was? Sie befinden sich in Gegenwart ihrer königlichen Majestät, der Prinzessin von Bradvia. Also verbeugen wir uns jetzt. Wie beeindruckend. Eine echte Prinzessin in unserer Empfangshalle. Und jetzt gehen wir. Hey, Augenblick mal. Sie können doch nicht einfach mal einen Hector mitnehmen. Oh, wir haben uns wohl mitreißen lassen. Das hier ist vielleicht ein Nachkomme des königlichen Dackels von Bradvia. Ein königliches Hündchen also. Ich wusste schon immer, dass er etwas Besonderes ist. Wir müssen im königlichen Gemach noch einen Test durchführen. Aber nur, wenn ich ihn begleiten darf. Sie sind herzlich eingeladen. Besonders der süße, muschlige Affe. Schön, Sie können losfahren. Jetzt sind wir angelangt. Herzlich willkommen in meinem königlichen Gemach. Koko war schon in Parks gewesen, die kleiner waren als dieses königliche Gemach. Wie nett und wie sauber. Jetzt führen wir den endgültigen Test durch. Der königliche Dackel von Bradvia muss genauso viel wiegen wie dieser Helm. Hopps rauf, mein Junge. Er wiegt viel mehr als sein Helm. Er ist nicht königlich. Sollten wir ihn nicht lieber ohne den Affen wiegen? Sie haben dasselbe Gewicht. Er gehört ohne Zweifel zur königlichen Familie. Du bist ein ganz besonderer Hund, Hector. Nicht Hector. Sein Name ist Graf Parsival von Bellhausen, der 15. Parsival von Bellhausen? Und jetzt kann Graf Parsival seinen rechtmäßigen Platz in seinem neuen Zuhause einnehmen. Neues Zuhause? Wir sollen hier bei Ihnen wohnen? Nicht Sie. Nur Graf Parsival. Koko war immer bereit zu helfen. Besonders, wenn man dabei mit einem Hubschrauber fliegen konnte. Entschuldigen Sie, dass ich Sie so spät abhole. Aber ein Satellit ist aus dem Weltraum abgestürzt und wir müssen ihn finden. Das Einstein-Pizza-Forschungsschiff ist direkt vor uns. Hoca! Wir haben wenig Zeit für unsere Mission, also bitte nicht da rumtrödeln. Hä? Er meint, wir müssen uns beeilen. Oh. Es ist die Aufgabe, diesen kleinen Wettersatelliten zu finden und zu bergen. Er ist hier ganz in der Nähe ins Meer gestürzt, aber wir wissen nicht genau, wo. Sie werden zu dritt den Meeresboden absuchen in diesem U-Boot. Wir dürfen mit einem U-Boot fahren? Wir fahren mit einem U-Boot! Sonst noch Fragen? Sie mit dem gelben Hut? Haben Sie um unsere Hilfe gebeten, weil wir neulich im Weltraum so hervorragende Arbeit geleistet haben? Eigentlich, weil ich persönlich kleine U-Boote als viel zu eng empfinde. Und ich mag nicht, wenn die Fische mich ansehen. Beeilen wir uns. Atmosphärische Kräfte nehmen Einfluss auf die äußere Konstruktion des Satelliten. Und gefährden seinen empfindlichen Stromkreislauf, während wir uns hier unterhalten. Das bedeutet, dass Wasser in den Satelliten fließen und seinen Datenspeicher beschädigen könnte, wenn wir uns nicht beeilen. Ah, verstehe. Wir sind bereit. Haha! Okay, Coco. Sperr die Augen nach dem Satelliten auf. Okay. Haben wir ihn etwa schon gefunden? Nein, ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. Ah! Ah, verstehe. Jetzt ist alles klar. Wir haben eine Riesenmeeresschildkröte geweckt. Das ist jetzt das Satellitenortungsgerät. Wir sind in der Nähe. Sie sind in der Nähe. Sie sind in der Nähe. Das habe ich gesagt. Ich weiß. Warten Sie. Wir haben vielleicht ein Problem. Ein Korallenriff versperrt uns den Weg. Kann man es umfahren? Es gibt nur einen engen Durchgang. Das U-Boot ist viel zu groß, um hindurchzupassen. Kehren Sie zum Schiff zurück. Wir werden etwas anderes probieren müssen. Der Satellit befindet sich mitten in diesem Riff. Und es gibt keinen Weg, an ihn ranzukommen? Ich weiß nicht. Wir sind Spezialisten für den Weltraum, aber leider nicht für das Meer. Hallo, Besatzung! Fahren Sie bitte nicht weiter. Hm? Ah! Coco, bist du das? Herr Quint! Was suchen Sie denn hier auf hoher See? Nun, ich erforsche einheimische Gewässer. Hey, Sie kennen sich doch gut mit Meeresdingen aus. Wie können wir ins Innere des Riffs gelangen? Wir müssen einen Satelliten bergen. Schwierig, schwierig. Ein Korallenriff ist ein sehr zerbrechliches Ökosystem. Ihr Schiff ist zu groß. Sie würden es beschädigen. Der einzige Weg hinein führt durch einen Tunnel in etwa dieser Größe. Herr Quint, bewegen Sie sich nicht. Coco ist unser Mann. Ja! Ja! Du bist so großartig! Ja! Die sind so großartig. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Vielleicht kann ich dir beibringen, wie man dirigiert, ohne dabei hinzufallen. In der Musik wird immer viel gezählt. Zum Beispiel das Tempo. Es bestimmt die Geschwindigkeit der Musik. Der Dirigent bestimmt das Tempo mit einem kleinen Stock, den man den Dirigentenstab nennt. Ich kann das Tempo so zählen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das nennt man dann den Viervierteltakt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Gut. Es gibt aber auch andere Tempi. Das hier nennt man den Dreivierteltakt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siehst du, Koko, jetzt versuchen wir es mal zusammen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hast du's? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017